Hallo liebe Daheimgebliebenen, wir sind jetzt hier in Chemo, sind schon eingeschickt auf dem Schiff. Jetzt gehts gut, die Deck haben wir auch schon wieder. Genau, und jetzt schauen wir uns ein bisschen auf dem Schiff um und dann gehen wir auf einen Cocktail an die Bullbar. Tschau! Musik 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh